Wer von euch glaubt noch Wolfgang Kubicki, dem Bundestagsvizepräsidenten? Denn dieser stellt sich jetzt hin und behauptet, dass die FDP keinen Ausstieg aus der Ampelkoalition plant, so wie von Friedrich Merz von der CDU wiederum angedeutet, dass das sein könnte. Und es gab zahlreiche große Spekulationen in der Presse und man tuschelt angeblich in Berlin bereits, ob doch die Ampelkoalition gebrochen wird. Dass jetzt erstmal lange Zeit nichts gekommen ist und jetzt erst Wolfgang Kubicki sich dazu äußert und das Ganze dementiert, könnte vielleicht sogar sehr verdächtig sein. Diese Sachlage gucken wir uns genau an. Moin zusammen, ich bin Olli, wenn du neu bist, jetzt für kritischen Content ein Abo dalassen. Und ich möchte dieses Video beginnen mit einem Kommentar, das bei einem anderen Video gemacht wurde, bei meinem Video über den, wie ich finde, Showprozess von Björn Höcke. Der findet nämlich, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dieses Video gerne an dieser Stelle mal angucken. hinter Panzerglas statt. Ihr habt richtig gehört. Da, wo normal die Schwerverbrecher sitzen, die wirklich was auf dem Kerbholz haben, da wird Björn Höcke hintergesetzt und man wird natürlich ganz massiv dafür sorgen, dass da wirklich dubiose, gefährlichste Bilder entstehen, wo der Schwerverbrecher Björn Höcke hinter diesem Panzerglas sitzen muss. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ja, ja. So, und dementsprechend, hier ist der Kommentar, mit dem ich das Ganze anfangen möchte, von Heidi Jumur. Frau Merkel, Sie sollen Bundeskanzlerin werden. Bitte regieren Sie Deutschland. Wie Sie sehen, ist Chaos wegen der AfD. Ich finde es einfach nur so herrlich. Ist das nicht herrlich? Wisst ihr, Leute, man kann ja mittlerweile, und das tun ja auch ganz viele, alles der Alternative für Deutschland in die Schuhe schämen. Egal, ob irgendwo dies und jenes passiert, hier wieder Messerangriffe, hier wieder zahlreiche Überfälle, hier irgendwo das Bildungssystem schlecht ist. Es ist irgendwie immer die Alternative schuld, obwohl die in keiner einzigen Landesregierung agiert und auch nicht in der Bundesregierung aktiv ist. Trotzdessen, wegen der AfD, ist jetzt auch noch hier Chaos. Also, bitte, Frau Merkel, helfen Sie uns und retten Sie jetzt das Land. Jetzt aber auf den Herrn Kubicki einzugehen. Da kannst du ja nicht ausdenken. Schreibt mal eure Meinung dazu unten rein. Sollte Mutti uns retten? Ist das jetzt notwendig? Muss Mutti uns retten? Du kannst ja nicht ausdenken. Das ist der Knaller. Auf Kubicki einzugehen. FDP plant keinen Ausstieg aus der Koalition. Und wir haben ja darüber gesprochen, dass, wie gesagt, Friedrich Merz das Ganze so in den Raum geworfen hat. Und das wird er nicht unbedacht haben. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Denn in der Politik, sind wir doch ehrlich, passiert nichts zufällig und nichts ungeplant. Da muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass hier wirklich alles geplant ist. Bis ins kleinste Detail, so weit wie möglich, so gut wie möglich, wird alles komplett durchgeplant und nichts im Zufall überlassen. Und dementsprechend, dass jetzt ein Kubicki auch noch um die Ecke kommt und das Ganze jetzt dementiert. Schon kurios, schon kurios alles. Wir gucken uns an, was er ganz genau sagt. Zitat, dass er jetzt in einem Anflug von Größenwahn selbst bestimmen will, wann der Bundestag neu gewählt werden soll, ist schon ziemlich peinlich. Wirf Kubicki nämlich hier Friedrich Merz vor. Und wir wissen, dass es immer wieder sehr schön anzusehen ist, auf welchem Niveau man sich da mittlerweile aussieht und wie man sich gegenseitig gegenüber verhält, ist halt schon angemessen, würden wir sozusagen sagen. Ihr seht, dass ich bin am Lachen, weil man diese ganze Show, die uns da tagtäglich präsentiert wird, nicht vervollnehmen kann. Weil man muss ja dazu sagen, wenn wir Neuwahlen bekommen würden mit einem Friedrich Merz, er hat es ja selber gesagt, er hatte ja lobende Worte für seine geliebten Grünen und er ist doch der Erste, der eine Koalition mit den Grünen eingehen würde, um Kanzler zu werden. Und dann würde alles so bleiben, wie es hier ist. Vielleicht würde es sogar noch schlimmer werden unter ihm. Das könnte ich mir sogar ehrlich gesagt noch vorstellen. Wir würden ja weiterhin einen Robert Habeck als, na wie heißt es, Wirtschaftsminister haben. Das kommen wir gar nicht über die Lippen. So viel ist dieser Begriff für diesen Herrn. Und eine Baerbock als Außenministerin, die ja hier auch im Speziellen als Außenminister oder die Außenpolitik der Grünen gelobt wurde von Friedrich Merz. Wer es nicht glaubt, hier gerne nochmal in dem Artikel zu sehen. Merz sieht eigene Auer und Angaben zufolge, insbesondere die AfD, sorry, die FDP als versucht aus der Bundesregierung auszuscheiden und hier unten zumindest teilweise lobende Worte, fand Merz indes für die Grünen. Zwar richteten diese in der Wirtschafts- und Innenpolitik derzeit großen Schaden an. Ja, darüber kann man ja hinwegsehen, denn er habe aber mit Blick auf die Außenpolitik Respekt vor den Grünen. Sie haben eine tiefe Wandlung durchgemacht, sagt er hier. Das ist halt wirklich schon der Wahnsinn, wenn man sich das mal überlegt, dass hier Wahlversprechen, keine Waffen in Kriegsgebiete, gelobt wird, dass das hier nicht eingehalten wird, sondern hier, Robert Habeck war der Erste, der von Waffenlieferungen für die Ukraine gesprochen hat. Das wird offensichtlich bei dem Friedrich Merz gelobt, wenn man die Bürger oder den Bürgern das versprochen hat und nachher etwas ganz anderes fordert und macht. Das finde ich schon interessant. Daran kann man doch wirklich sehr, sehr genau erkennen, was der Herr Merz auch geplant hat, wenn er mal Bundeskanzler sein wird. Also kann man sich ja offensichtlich auf nichts verlassen, was er den Bürgern verspricht. Oder sehe ich das falsch? Schreibt mal eure Meinung gerne unten rein. Aber das Ganze geht ja hier auf Kubicki bezogen dann noch ein bisschen weiter. Zitat, dass er jetzt aber einen Anflug von Größenwahn selbstbestimmen will. Wann der Bundestag neu gewählt werden soll, ist schon ziemlich peinlich. Und dann sagt er nämlich dazu noch, abgesehen davon, dass die FDP keinen Ausstieg plant, jetzt wird es interessant, wäre sie selbst für einen solch unwahrscheinlichen Fall vorbereitet. Und darüber müssen wir doch mal sprechen. Was könnte das denn sein, was der Herr Kubicki damit meint, wäre sie selbst, oder die Partei, für einen solch unwahrscheinlichen Fall vorbereitet. Also offensichtlich ist die FDP vorbereitet, wie auch immer das ganz genau aussehen mag. Ist sie für Wahlen vorbereitet? Ist sie bereit, irgendjemand aus der zweiten Reihe aufzustellen? Oder würde sie mit der aktuellen Truppe um Buschmann, Starkwatzinger und Lindner wieder mal auf die Stimmen fangen gehen und die Bürger erneut so über den Tisch ziehen, wie ich das persönlich empfunden habe und zahlreiche Wähler auch, die mir ihre Fotos und bei Austrittsbescheinigungen und sonst was zerschnittene Mitgliedskarten geschickt haben? Ist das jetzt hier gemeint, Herr Kubicki? Da kann ich jetzt gerade noch nicht so ganz folgen. Das ist halt schon sehr, sehr dubios. Und auf der anderen Seite müssen wir uns ja überlegen, warum sollte die FDP denn überhaupt diese Koalition beenden? Was wäre denn der Vorteil? Was wäre denn das, was sie dadurch bekommen würden? Nichts. Gar nichts. Sie würden ihre Ämter verlieren, ihr Ministerposten wären weg. Und auch ein Wolfgang Kubicki wäre bei Neuwahlen ja nicht mehr Bundestagsvizepräsident. Also von daher kann es ja gar nicht in dem FDP-Sinne liegen, dort aktuell jetzt Neuwahlen zu fordern. Nein, sie wollen es komplett aussitzen offensichtlich, wollen sie mit wehenden Fahnen, wie man so schön sagt, komplett untergehen und so auch bei den Menschen in Erinnerung bleiben, was sie diesen angetan haben und dass sie nicht zu ihren Fehlentscheidungen und ihren Fehlern stehen. Das ist halt schon eine sehr, sehr krasse Entwicklung, wie ich persönlich finde. Ihr könnt ja eure Meinung dazu jetzt mal gerne unten reinschreiben. Was haltet ihr davon? Wird es Neuwahlen vor den eigentlichen Wahlen zum Bundestag im Jahr 2025 im März geben? Ja oder nein? Abonniert jetzt den Kanal, wenn ihr neu seid. Ich bin gespannt. Und hier nochmal der Kommentar, damit ihr es nicht vergesst. Frau Merkel, Sie sollen Bundeskanzlerin werden. Bitte regieren Sie Deutschland. Wie Sie sehen, ist Chaos. Chaos wird gar geschrieben wegen der AfD. Bis zum nächsten und ciao.